einen wunderschönen guten abend plötzlich hat er schluss gemacht das ist mein thema heute bei volltreffer herz hier dein beziehungstipp fürs glück mein name ist andrea holthaus ich unterstütze menschen dabei ihre bindungsängste zu überwinden beziehungsprobleme zu lösen und eine glückliche partnerschaft zu kreieren ihr lieben es ist mächtig war mir ich hoffe ich glänze ich glänze nicht zu sehr ich möchte dich heute abend ein bisschen inspirieren wenn dich das thema interessiert er oder sie hat plötzlich schluss gemacht ich habe in den letzten tagen mehrere gespräche geführt mit menschen die mit diesem problem zu mir gekommen sind ich habe eine anzeige gehabt bei facebook wo ich so auf mein kostenloses erstgespräch hin eingeladen habe mit dem ziel menschen einfach mal ein bisschen auf den zahn zu fühlen hey was ist gerade los bei dir was ist deine größte herausforderung worum geht es und wie kann ich dich unterstützen das war sehr witzig weil irgendwie ich weiß nicht warum aber einige dachten tatsächlich kann karten legen oder ich kann in die zukunft schauen ich habe so eine kleine kristallkugel aber habe ich natürlich gar nicht also ich kann menschen dabei unterstützen sich auf den weg zu machen zu gucken hey warum klappen meine beziehungen nicht warum habe ich vielleicht noch nicht den richtigen partner an meiner seite und kann sie wirklich mitnehmen zu gucken wie ein detektiv hey das und das ist in deinem leben vielleicht nicht so optimal gelaufen deshalb hat sich das und das verhalten daraus gebildet vielleicht die und die angst und ich zeige dir wie du das erkennst verstehst und lösen kannst das ist so mein drei schritte modell und das wollte ich einfach den menschen erzählen und es kam tatsächlich sehr häufig wirklich dieses thema auf er hat mich verlassen von jetzt auf gleich oder warum hat er mich verlassen oder hat unsere beziehung noch eine chance er hat mich verlassen oder sie hat mich verlassen also es war tatsächlich bei männern und frauen naja es waren mehr frauen die angerufen haben und die sich darüber beschwert haben dass er sich auf einmal aus der beziehung raus gelöst hat es waren aber auch männer dabei dieses gleiche von frauen erzählten na dass sie jemanden kennengelernt haben und das erst alles irgendwie ganz toll war und auf einmal der partner oder die partnerin sagte du ich habe doch keine gefühle für dich und das war für für meine anrufer ein echter schock also sie haben sich in sicherheit gewiegt schon weil sie hatten sich schon getroffen also es ist nicht so dieses typische ghosting worüber ich ja auch manchmal rede wo es erst gar nicht zum treffen kommt sondern das waren jetzt erfahrungen die mir menschen mitgeteilt haben wo sich schon was angebahnt hatte na also ich habe gerade wirklich noch heute morgen ein gespräch geführt mit einer frau die mir erzählt hat dass sie schon mehrere monate sich jetzt mit einem mann getroffen hatte die beiden hatten festgestellt dass sie ähnlich ticken dass sie beide gleiche interessen haben sie haben sich auch beide ein bisschen in ihrem schmerz erkannt weil sie hatten beide langjährige ehen hinter sich und hatten sich eigentlich so auf den weg gemacht und gesagt hey wow wir können toll miteinander reden wir haben spaß wir lachen wir haben gemeinsame interessen und sie hat gedacht hey wow okay das fühlt sich gut an ich lasse mich mal darauf ein er war sogar bereit sie seinen kindern vorzustellen er hat sie mit auf partys genommen hat sie sogar schon seinen freunden vorgestellt das heißt sie war wirklich der auffassung hey das hier hat wirklich eine reale chance das scheint ein bisschen ernster zu werden und dann merkte sie schon so eine woche vielleicht dass sie merkte er ist irgendwie ein bisschen distanzierter geworden er ist ein bisschen kühler geworden er hat nicht mehr so so liebevolle nachrichten geschickt wie zuvor und dann hat sie gefragt hey gibt es irgendwas ist irgendwas los möchtest du mit mir reden nein nein es ist alles in ordnung und dann am tag darauf kam irgendwann ach ja ich muss doch mit dir reden und dann hat am telefon einfach wirklich so mit ganz kühlen kurzen knappen sätzen nur gesagt es tut mir leid ich habe doch gemerkt dass ich einfach nicht die gleichen gefühle für dich habe und ich möchte gerne den abstand haben und ich möchte meine ruhe haben und ich wünsche dir alles gute und hat aufgelegt also so wirklich so aus dem nichts heraus und ihr könnt euch vorstellen dass die frau echt wirklich sehr sehr traurig war sehr verzweifelt war hier enttäuscht war sich verletzt fühlte und ja natürlich kamen dann so auch ganz viele andere themen hoch und am ende des gesprächs war eigentlich wirklich klar sag mal möchtest du ein mann der dich so behandelt also es war jetzt schon ein paar tage her dieses telefonat und sie war aber immer noch in der in der traurigkeit und auch in der hoffnung sie hat immer wieder aufs handy geguckt und hat gewartet hey hoffentlich meldet er sich wieder und ich habe sie dann wirklich gefragt sag mal möchtest du wirklich einen menschen haben der dich so behandelt na ihr könnt euch wahrscheinlich die antwort vorstellen hat sie natürlich gesagt nein und dann habe ich weiter gefragt warum 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 tust du es dann also warum trauerst du einem menschen hinterher der der dich so behandelt und dann dann erzählte sie halt auch ja dass sie gerade das gefühl hat wieder in so ganz alte muster zu kippen dass sie sich ausgenutzt fühlt dass sie ihren selbstwert gar nicht mehr spürt also der mann hatte es geschafft innerhalb von kurzer zeit wirklich so sie richtig wieder in diese alten muster zu bringen und das war natürlich der ansatz wo ich immer wieder sagen kann hey das hat was mit dir zu tun es hat was mit dir zu tun also erst mal ist ein totales no go natürlich am telefon einfach so schluss zu machen ohne ein erklärendes gespräch ohne den dingen vorher mal irgendwie eine chance zu geben sondern wirklich von jetzt auf gleich beim klappe zu und dem anderen auch nicht mal die möglichkeit zu geben da irgendwie drauf zu reagieren das finde ich ist absolut respektlos aber warum passiert manchmal menschen das immer wieder und ich höre das ja häufig warum lernen menschen menschen kennen die dann auf einmal wieder aus dem kontakt rausgehen und zurück bleibt enttäuschung sich dieses gefühl von verlassen werden dieses gefühl vielleicht von ausgenutzt zu werden wut verzweiflung und dann denke ich mal okay aber guck mal kennst du diese gefühle vielleicht irgendwo her und dann kamen wir der ganzen sache natürlich ein bisschen auf die spur ja das kenne ich und es sind sehr alte gefühle sagte sie dann und dann haben wir ein bisschen weiter gesprochen und irgendwann lagen dann auch die die alten geschichten auf dem tisch und ihr war sehr sehr klar worum es eigentlich wirklich geht aber sie dachte sie wäre schon viel weiter sie war ja zwischenzeitlich sogar mehrere jahre verheiratet wobei nach nach ein paar fragen merkte sie okay das thema war auch eigentlich in meiner ehe ein thema ich habe es nur nicht sehen wollen und das tut zwar weh im ersten moment wenn du merkst scheiße das thema hat mit mir zu tun naja du kannst wütend auf den anderen sein weil er somit die umgegangen ist klar aber wenn dir sowas passiert sobald der schmerz ein bisschen vorbei ist und dein kopf wieder ein bisschen klarer ist kannst du sagen hey okay das war tatsächlich jetzt noch mal ein arschengel für mich der hatte eine wichtige botschaft für mich weil er hat mir noch mal aufgezeigt mit welchem thema ich noch nicht wirklich durch bin und wenn du wirklich solche sachen auch erlebst ne dass du anlauf nimmst und dann aber immer wieder quasi so kurz bevor es schön wird wieder hängen gelassen wirst dann ist dein gegenüber nicht immer also es war nicht der richtige mensch aber es ist der richtige mensch um dich genau in diese situation zu bringen weil dich darauf hinweist oder das leben schickt dir diesen menschen um dich darauf hinzuweisen mit welchem thema du einfach noch in resonanz gehst mit welchem thema du noch nicht fein bist und wenn du dieses thema aus deiner vergangenheit kennst und ihr könnt mir gerne das mal hier in den chat reinschreiben ob euch das bekannt vorkommt ob ihr das vielleicht sogar auch schon mal erlebt habt oder wenn wenn ihr eine frage habt herzlich gerne auch hier gerne in die kommentare reinschreiben also es ist ein thema was meistens hinter dem thema liegt und es versteckt sich auch sehr oft also gerade wenn wir in so einer erwachsenen welt ja sind sollte man meinen dass man nicht mehr mit diesen alten themen immer wieder konfrontiert wird wenn sie nicht aufgelöst sind werden wir das ammer und immer an unterschiedlichster stelle und wenn du in deiner kindheit zum beispiel erlebt hast dass du verlassen worden bist und hast das noch nicht wirklich bearbeitet und bist immer noch auf der auf der suche nach der antwort warum das passiert ist warum dein vater oder deine mutter dich vielleicht verlassen haben und du hast es einfach in die noch belegt mit gefühlen mit erinnerungen an das alte gefühl dann kann es sein dass dieses thema in der einfach aktiv ist und weil du es noch nicht wirklich aufgelöst hast inszenierst du es in deinem leben immer wieder das kann auch sein dass du zehn jahre verheiratet bist aber trotzdem die angst immer da war irgendwann verlassen zu werden und dass deine ehe sich vielleicht deshalb dahingehend so entwickelt hat dass du letzten endes irgendwann doch verlassen worden bist und dann lernst du neue männer kennen und dann ist dieses thema wieder sehr aktiv und du es passiert genau das gleiche und das ist echt harter tabak also ich kann das total verstehen dass man dann erst mal traurig ist verzweifelt ist und auch wütend ist na klar du hast alles recht der welt wütend zu sein sei sei wütend das ist total in ordnung aber nicht so lange und guck dir wirklich exakt an hast du vielleicht diese anzeichen vorher schon sehen können und das ist so ein bisschen der tipp den ich dir heute mitgeben möchte achte mal da drauf ob jemand wirklich schon frei ist also bei ihr war es dann tatsächlich so dass wir dann auch rausgekommen haben hey der ist mit seinem mit seiner ehe noch gar nicht durch weil sie erzählte dann auch ja und er trifft sich immer auch noch mal wieder mit seiner ex frau und da sind immer noch wieder das haus war noch nicht geklärt und das war noch nicht geklärt wo irgendwie klar war der ist mit der ist mit dieser ehe noch gar nicht durch und das konnte sie dann auch nehmen und verstehen und wo ich dachte hast du vorher gar nicht mal geahnt dass er vielleicht noch gar nicht so frei ist dass er den wunsch vielleicht gehabt hat sich neu einzulassen aber dass dieser mann einfach noch gar nicht frei war und dann musste sie ein bisschen gestehen ja das kann sein und ich glaube manchmal haben wir so eine tiefe sehnsucht in uns dass wir die zeichen die eigentlich irgendwie immer ein bisschen da sind und sei es nur vielleicht dein bauchgefühl sei es nur die stimme im hintergrund es sind meistens zeichen da aber wir wollen sie nicht sehen weil wir es uns so sehr wünschen patrick schreibt klarheit ist enorm wichtig schön wie du es darstellst ich danke dir patrick ja du hast einfach recht wenn menschen klar wären hey das ist mein thema das bringe ich mit damit bin ich vielleicht noch gerade gar nicht fertig daran denke ich noch daran arbeite ich noch darin wünsche ich mir unterstützung dann kann man ganz anders damit umgehen selbst wenn man sagt du ich weiß nicht ob ich schon wirklich so weit bin mich auf eine neue partnerschaft einzulassen aber hey du interessierst mich lass uns doch einfach mal gucken wohin die reise gehen kann ohne schon gleich zu erwarten oh wow das muss jetzt der neue mann oder die neue frau an meiner seite sein und das erlebe ich auch sehr häufig dass leute ich erlebe beides es gibt die die sagen so ich bin nämlich auf gar keinen fall so schnell wieder jetzt genieße ich erst mal meine freiheit ich lasse es richtig krachen aber das ist auch eine form von klar klarheit dann ist auch klar hey ich will nicht jemanden schon wieder haben mit dem ich mich verbunden fühlen muss mit dem ich mich wo ich mich verpflichtet fühle also super patrick wirklich klarheit ist echt der ist echt das zauberwort und es ist auch okay zu sagen ich mag nicht alleine sein ich möchte nicht alleine durch diese krise gehen aber ich kann dir nicht versprechen wo es hinführen wird und dann weiß der andere bescheid und kann sich ja immer noch entscheiden ob er das wirklich möchte also das sind die tipps guck mal achte mal vorher wirklich auf die zeichen bei aller bei aller sehnsucht bei allem wunsch aber jemanden in deinem leben zu haben ignorier das nicht also guck dir wirklich sehr klar an was ist das für ein mann passt der wirklich zu mir ist der schon frei oder wenn wenn nicht ist es okay für mich also wie weit wollen wir überhaupt gehen und wie wie eng ist das ganze schon also guck dir einfach an und ignoriere nicht dein bauch ignoriere auch nicht deine gedanken aber glaub nicht alles was du denkst das ist auch immer so ein ganz ganz wichtiger tipp weil wenn du ein bisschen bindungsangst hast wenn du ein bisschen beziehungsangst hast dann wird dein kopf dir was ganz anderes erzählen und du wirst denken siehste wusste ich es doch da muss ich aufpassen ist aber gar nicht immer so ich hoffe es ist ein bisschen deutlich geworden wenn dich jemand plötzlich verlässt muss es nicht immer das riesen arschloch sein es kann manchmal einfach sein dass das leben dir jemand schickt um dich auf dein thema hinzuweisen und es kann auch einfach sein dass du merkst hey ich habe die zeichen ich habe sie gesehen aber ich habe sie ignoriert weil ich es mir so sehr gewünscht habe so oder so sei nicht so hart mit dir geh nicht so hart mit dir ins gericht gibt dir nicht die schuld denk nicht dass du das falsch gemacht hast sie ist einfach als ein weiterer schritt auf deinem liebesweg ein weiterer schritt um dich noch besser kennenzulernen um dich noch mehr ja wirklich zu erkennen um noch mehr zu wissen was willst du wirklich ja und um dir einfach noch weiter auf die schliche zu kommen und wenn du merkst dass da sind da sind noch themen die du noch nicht gelöst hast dann lade ich dich natürlich auch hier nochmal herzlich gerne ein eine halbe stunde so ein lösungsgespräch mit mir zu machen schreibt mir einfach eine persönliche nachricht machen wir einen termin und gucken okay wo ist dein thema und gucken hey was kannst du mit diesem thema machen damit es sich ein für alle mal wirklich aus deinem leben verabschieden kann weil es lebt sich dann einfach viel einfacher und viel besser okay ihr lieben das war es für heute ich wünsche euch dir eine wunderschöne gute nacht und ich freue mich wenn ihr gerne auch dass das video teilt noch mal kommentiert oder mir feedback gebt ob ihr mit diesen tipps was anfangen könnt herzlich herzlich gerne und ansonsten morgen sehen wir uns nicht mit der la flange jetzt bin ich völlig verwirrt das wäre heute gewesen weil baby gerade private sachen zu regeln hat wir sehen uns wahrscheinlich auch erst im mitte september mit der la flange wieder ich mache tapfer weiter hier mit den beziehungstipps und freue mich wenn ihr nächste woche wieder mit dabei seid okay habt eine wunderschöne zeit und wer bock hat kommt doch in meine facebook gruppe volltreffer herz so geht beziehung da gibt es die ganze woche über immer noch weitere tipps wenn dich das interessiert herzlich gerne you are welcome okay jetzt aber genug tschüss 2 1 1 2 2 3